Das eine kleine muss immer ein bisschen hinter drei rennen, gell? Mhm. Du kannst beim Frank über die Schulter gucken, da siehst du es auch. Mhm. Geh mal rüber. Ja, jetzt sind sie gleich weg. Ja, du kannst hier bei ihm gucken. Da siehst du es auf dem Handy. Sie denken, okay? Der Seine ist ruhig. Ja, der ist wunderschön. Ja. Ja, da siehst du so. Ja. Ja, da siehst du so. Ja. 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 Jetzt sind sie gleich weg. Sind sie weg, oder? Ja, man sieht den Rücken von der Mutter. Jetzt kommt sie wieder zum Vorschein. Jetzt sind sie weg. Jetzt sind sie weg. Jetzt sind sie weg. Jetzt sind sie weg.